Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Flos Teufelssteine. Ich bin Flo und ich habe euch ein nettes Set mitgebracht, ein wunderschönes Häuschen, ein Hexenhäuschen aus dem Hause Lego. Es ist die 21, ich muss es ablesen, 21 341 Disney Hokus Pokus, das Hexenhaus der Sanderson Schwestern. Ich habe den Film nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Aber dafür habe ich dieses Set mir ausgeliehen von meinem Partner Baudu, Brick Coast. Und ja, es war eine enorme Überraschung, wie positiv ich doch dieses Set tatsächlich empfinden werde. Ihr wisst, ich bin ja bei Lego immer ein bisschen vorsichtig. Es gibt ja mal Höhen und Tiefen. Subjektiv betrachtet mehr Tiefen als Höhen. Aber das ist eine ganz klare Punktlandung. Warum nicht gleich so? Über die Preispolitik brauchen wir nicht sprechen. Das Set besteht aus 2316 Teilen. Es ist offensichtlich lizenziert, da es ein Disney-Produkt ist oder eine Disney-Franchise hat. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Minifiguren dabei und ein kleinen Zeitbild, das Haupthaus. Und es kostet bei 2300 Teilen UVP 230 Euro. Finde ich knackig. Finde ich wirklich knackig. Bei Brick Merch ist es aktuell gelistet. Aktueller Bestpreis 169. Dafür hätte ich gesagt, kaufen. Ungesehen. Wenn euch das Haus in irgendeiner Art und Weise schon vorfällig angesprochen habt. Und ihr seht, ihr hört jetzt den Preis von 170 Euro. Kauft ihn. Könnt ihr nichts verkehrt machen. Wir gucken es uns an. Wir haben natürlich Ersatzteile dabei. Wir haben Teile-Trenner dabei. Gedruckte Anleitung. Ihr kennt den Quark. Ich habe natürlich keinen Karton, den ich euch zeigen kann. Ihr wisst, oder wenn ihr es noch nicht wisst, wenn ihr zum ersten Mal hier seid oder ich es vielleicht noch nicht oft genug erwähnt habe. Baudu macht es ja so, die verleihen Lego-Sets. Die sind natürlich alle gebraucht. Die Sticker sind drauf. Die sind auch teilweise schon benutzt, die Sets natürlich. Die werden dann gewaschen. Haben natürlich entsprechende Gebrauchsspuren und so. Alles okay. Passt soweit. Und ihr bekommt es in einem nicht bedruckten, normalen Versandkarton, in einem großen Beutel. Das heißt, die 2300 Teile packt ihr euch vor euch hin. Sortiert euch ein bisschen durch. Und dann könnt ihr starten. So einfach ist es. Ich muss sagen, Baudu hat tatsächlich auch etwas, ja wie soll ich sagen, etwas dazugelernt. Und das finde ich sehr gut. Da sieht man eine Entwicklung. Die Figuren sind tatsächlich so fertig beigelegt. Die sind verklebt. Die könnt ihr nicht auseinanderbauen mehr. Bei den etwas älteren Sets, ihr könnt euch ja mal das eine oder andere von meinen Videos mal anschauen. Und da war es tatsächlich so, dass dann teilweise die Figuren, dann waren die Arme schon so ausgenudelt oder dann waren die Beine waren weg oder da waren andere Beine bei oder was auch immer. Es wird natürlich nicht jedes Teil nachgeschaut bei denen, wenn das zurückkommt, wenn das retourniert wird. Es wird nicht jedes Teil einzeln nachgeschaut, sondern es wird gewogen. Anders ist es ja auch gar nicht zu bewerkstelligen. Und das ist cool. Die Figuren sind schon alle fix und fertig zusammengesetzt, verklebt und sind dann separat beigelegt. Funktioniert für mich erst rein. Wie gesagt, wir haben die Figuren, wir haben diesen Zeitbild und dieses mächtige Haus. Und da ist richtig Musik in der Bude. Das rockt richtig, finde ich. Und das zeige ich euch jetzt. Und dann werdet ihr genauso sagen wie ich, für 170 Euro kann man das Ding kaufen. Und wenn ihr mir was Gutes tun wollt, dann schnappt ihr euch den Affiliate-Link aus meiner Videobeschreibung. Geht bei BrickCoast auf die Webseite. Kostet euch natürlich keinen Cent mehr, aber ich bekomme dadurch eine kleine Gutschrift, wenn ihr dort etwas kauft und bestellt. Und bekommt ihr auch noch positive Karma-Punkte, denn BrickCoast-Baudu ist ein Inklusionsbetrieb. Das heißt, die haben schwerpunktmäßig schwerbehinderte Mitarbeiter. Und deswegen können die auch einen entsprechenden Mehrrabatt mitgeben. Denn die brauchen nur 7%, nicht 19% Mehrwertsteuer zu nehmen. Und das, was sie nehmen, können die oder sind die dazu verpflichtet, das auch wieder weiterhin in den Ausbau der Arbeitsplätze für schwerbehinderte Mitarbeiter zu beschäftigen. Das heißt, positives Karma, günstige Preise und ein hervorragendes Set in dem Moment. So, das war jetzt meine Werbeansprache. Ich werde für diese Werbung nicht bezahlt. Ganz klar, ich werde dafür nicht bezahlt. Ich mache es aus Überzeugung, weil ich finde, das ist eine gute Sache. Gut. Schauen wir uns mal die Figuren an. Hinzu oder vorweg muss ich ja sagen, habe ich gerade glaube ich schon. Ich habe diesen Film nie gesehen. Der gibt es glaube ich auch einen zweiten Teil von. Und es ist, meine ich, der erste von 94 oder so, 93? Irgendwie sowas. Ja. Wir gucken es uns an. Ich werde deswegen die Figuren nicht benamen können. Ich werde auch nicht auf irgendwelche Details so eingehen können, wie ihr es vielleicht euch wünschen würdet. Aber wir stolpern da mal durch. Ich zeige euch mal die Figuren. Völlig kommentarlos. Gehen wir einfach mal durch. Wir haben hier einen erschrockenen, ja ich sage mal einen erschrockenen Jugendlichen, so wie es aussieht. Eine Hexe, zweite Hexe, dritte Hexe. Die sieht auch aus wie eine Jugendliche und irgendwie auch nochmal so eine erschrockene junge Hexe. Ich finde die Bedruckungen der Oberkörper und der Beine finde ich eigentlich ganz cool. Bei ihr natürlich nicht ganz rechts im Bild. Da ist nur ein Röckchen. Aber ansonsten okay. Gehen wir auf die andere Seite. Versuchen wir es mal von anderen Seite. Da sehen wir natürlich nur die Zauberumhänge. Ich gucke mal gerade, ob die bedruckt sind, die Rücken. Rücken sind tatsächlich bedruckt. Jo, die Rücken sind tatsächlich alle bedruckt. Beine nicht. Aber so an sich. Ich zeige es lieber von der Seite. Und man hat mir schon gesagt, also mein Frauchen hat mir schon gesagt, die Figuren sind sogar sehr gut nachempfunden. Sehr gut. Und dann kommen wir zu dem Häuschen. Erstmal machen wir den Zeitbild. Das ist auch das Erste, was ihr baut. Ihr fangt an mit diesem kleinen Zeitbild, mit diesen Dreigestirn hier. Ich versuche es mal so zu zeigen. Wir haben hier so diese Eingangspforte, vorne eine Katze, verschiedene Pflanzenranken. Alles sieht so ein bisschen verwildert aus. Da ist so ein kleiner Friedhof angedacht. Ich kann es auch noch einzeln zeigen. Die sind hier nur über diese Klammern miteinander verbunden. Dann zeige ich es euch noch mal ein bisschen im Detail. Wenn ich das auch abkriege. So, machen wir so. Der Grabstein will nicht so ganz. Der ist so ein bisschen eingesunken. Da sieht man dann so. Das sind alles Aufkleber, Sticker. Ist ja an sich ganz nett. So ein bisschen Deko, dass es ein bisschen Atmosphäre schafft. Zum Haus. Das ist schön drauf. Für Sanderson gehe ich mal davon aus. Und hier haben wir so ein Bäumchen. Den kann man hier so schön anfassen. Da hätten wir so ein Dings. So ein Ast. Sieht eigentlich ganz gut aus. So wie so eine peitschende Weide so in der Richtung. So, dann kann man das hier wieder anklicken. So, ähm, was wollte ich sagen? Es ist tatsächlich kein klassisches Modular in meinen Augen. Weil es ist sehr wenig Modular tatsächlich im Verhältnis. Dafür umso üppiger mit Details. Ihr wisst ja, Lego Modulars, Details ist ein fließendes Konzept. So, gucken wir es uns mal an. Ich nehme es mal hoch. Und dann werde ich es euch einmal in Gänze, einmal rundherum zeigen. Und dann gehen wir gleich ins Innere. So, ne? Es ist leicht fachwerkmäßig angehaucht. Ne? Man sieht es wunderbar. Was ihr da klappern hört, das ist das Innenleben. Das zeige ich euch gleich. Das ist relativ. Ne? Mal gucken wir hier draußen. Da steht ein Kürbis rum. Ein Holzklotz. Da ist die Eingangstür. Die Eingangstür finde ich sehr, 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 sehr cool. Da gehen wir mal näher ran. Also nicht die Eingangstür, sondern den Eingangsbereich meine ich. Ne? Da das Schild. Ne? Briefkasten. Überall. Das kennen wir ja schon hier vorne. Alles, was mit so Steinen angedeutet ist. Ne? Und mit so Pflänzchen. Das kennen wir schon üppig, wie es ist bei Blue Bricks. Ne? Da hat man gefühlt, die Hälfte des Sets besteht nur so aus so Deko-Teilchen. Und, ähm, ja. Also ihr baut als erstes diesen Side-Bild und fangt dann an, natürlich die Grundplatte von diesem, die Bodenplatte von diesem Set zu bauen. Wir haben hier verschiedene, und das baue ich jetzt mal ein bisschen auseinander. Wartet mal. Warum geht das nicht? So. Ähm, das kann man hier auseinandernehmen und das werde ich jetzt auch tun, weil, dann können wir es uns besser anschauen. So. Oba. Das ist Dach, aber das bleibt dran. Das wollte ich nicht abmachen. Den ziehen wir ab. Den können wir abziehen hier. Ist halt sehr schön. Das ist halt wirklich modular, äh, ganz nett gemacht. Ich zeige euch nochmal den Eingangsbereich. Den finde ich sensationell schön. Na, schön. Das Geländer da. Namensschild. Das Hexenmuseum. Da ist irgendwie so, äh, ich gehe mal davon aus, das ist eine Art Briefkasten. Können für Brieftauben sein oder so. Ne. Sieht auf jeden Fall sehr üppig aus. Und, äh, wirklich sehr, 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 sehr schön. Ne. Sehr, sehr nett. Und das ist einfach nur hinten über diese, ähm, Technikpins dann nachher arretiert an dem, äh, an dem Gebäude. Ne. So. Dann haben wir hier eine nette kleine Ecke. Das Coole ist, die haben, und das zeige ich jetzt mal, ich zeige ihr mal eben kurz einmal dieses Gebäude, diesen, diesen Anbau. Ne. Einmal rundherum und dann gehen wir gleich ins Detail. Und da auch wieder sehr üppige, äh, Vegetation. Hier überall so ein paar Ranken dran und so, ne. Sehr, 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 sehr geil. Gefällt mir richtig gut. Und jetzt haben die sich bei dem Gebäude, sowohl bei dem kleinen, bei dem Anbau, als auch bei dem Hauptgebäude, haben die eine richtig coole Möglichkeit geschaffen, das habe ich bisher noch nie gesehen, äh, um dieses Dach, ähm, mehr oder weniger zu öffnen, modular zu haben. Es liegt nicht einfach locker drauf, es ist nicht mit Jumperplates irgendwie befestigt, sondern, ihr habt hier, ich kann es besser bei dem Kleinen zeigen, als bei dem Großen, da sind hier Liftarme drin, wo man dann so nach oben klappen kann. Ne. Und dann kann man da... auch schön reinschauen. Also diese Idee, oder bringt mehr Licht rein, ne, diese Idee mit diesen Liftarmen hier, ne, hier, finde ich sensationell. Das funktioniert hier bei dem Großen sogar noch einen Zecken besser, ne, weil er da nicht über den Schornstein drüber weg muss. Aber zeige ich euch gleich. Gehen wir mal kurz ins Innere. Ne. Ne, da haben wir dann einen schönen, einen schönen Sessel. Da steht eine Kerze ohne, ähm, ohne Licht, also dieses Weiße links, äh, ist eine Kerze, da ist ein Stundenglas daneben. Im Hintergrund ein Kamin, wo ein, äh, ein Kessel und irgendwie so ein, so ein Beutel drüber ist, ne. Da ist auch irgendwie so ein, so ein, so eine Kiste oder was das sein soll, eine Kommode, ein Sekretär, irgendwie sowas. Ah, sehr schön gestaltet. Das erinnert mich sehr stark an die Mittelalter-Sets von Blubricks tatsächlich. Ne. Also, ich finde es durchweg gelungen. Äh, ja, wir haben natürlich wieder die roten Pins hier. Wen interessiert das in dem Moment? Ähm, das ist tatsächlich dann, äh, jammern auf ganz hohem Niveau. Ähm, hinzu kommt, äh, ich kann es nur immer erwähnen, ich mag es auch nicht, dass Lego überall diese depperten Farben reinschmeißt. Ähm, wenn man natürlich hier von Baudu was auf dem Tisch hat und alles in einem Schwung auf den Tisch legen muss und alles durcheinander ist, dann macht es tatsächlich Sinn teilweise, diese düsseligen Farben zu haben, weil man findet die Teile einfach besser. Das ist das einzige Argument, was ich dafür auch zählen lasse. Ne, also, ganz, ganz coole Geschichte, ne. Dann kann man das hier zuklappen. Dann geht das auf Seite. Dann kommen wir zu dem Großen. Und hier ist jetzt richtig, hier geht es jetzt richtig vorwärts. So, wir haben hier zum Beispiel auch, ich zeige es mal. Ja, ihr seht hier oben dieses, ah, so sieht es man besser, ne, hier seht ihr diese, diese bunten Ausdünstungen, ne. Da ist eine kleine Mechanik drin. Es ist im Prinzip nichts anderes als ein paar Kreuzachsen, die miteinander konnektiert sind und die dann auf so einer Welle arbeiten mit einem kleinen Zahnrad. Mehr ist es nicht. Aber es ist nett. Hinzu kommt dieses Wasserrad hier unten. Finde ich auch sehr schön gelöst. Ne, ich finde, das ist so mit eigentlich die schönste Fassade hier in dem Moment. Ne. Ich finde das mit die schönste Fassade und ein bisschen Wasser. Ne. Hier dann auch Vegetation. Schaut euch das Dach an, wie toll das Dach designt ist, ne. Richtig cool, ne. Sehr üppig befließt, ne. Fenster, wunderbar. Also wirklich sehr, 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 sehr schön gemacht. So. Ich muss es gerade noch mal ein bisschen anheben, damit ich darunter greifen kann. So. So. Wir haben da oben zwei wunderbare Skelette in Käfigen. Unten ist auch noch irgendwie eine Fledermaus dran. Hinten ist ein großes Spinnennetz mit einer Spinne drin. Ne. Man sieht. Ich probiere es mal, ob ich es so festhalten kann. Ja, so geht es. Da sieht man auch ein Bett. Hoppala, hoppala, hoppala. Da sieht man auch ein Bett für drei Personen natürlich. Ne. Ganz, ganz viel Zeugs. Und vor allen Dingen kann man das hier vorne auch aufmachen. Es ist sehr schwierig zu zeigen, muss ich eingestehen. Ich bin am überlegen, ja, ich nehme mal kurz die Türen hier raus. Ich nehme mal ganz kurz hier die Türen raus, weil, zeigt sich dann einfacher. So. Zeigt sich einfacher. Dann stört auch nichts. So. Da haben wir einen schönen Kronleuchter, ne, so einen Kerzenleuchter, ein Lüster. Ne. Hier vorne ist dann auch eine Absperrung mit irgendwie, äh, irgendwelchen mystischen, okkulten Gegenständen. In der Mitte brutzelt ein, äh, ein großer Kessel. Das witzige ist, wir haben hier sogar noch ein kleines Light-Feature. Da leuchtet das auf. Hier ist so ein kleiner Druckknopf, der dann dafür sorgt, dass da unten der Light-Brick angestupst wird. Ne. Sehr, sehr cool. Ne. Dann haben wir hier auf der Seite, gucken wir nochmal so. Ich muss halt aufpassen. Es ist, es ist total stabil, aber ich bin einfach zu doof. Ne, da haben wir auch eine Vitrine, da liegt ein Buch drin. Ne, das ist natürlich der Nachteil, wenn man das Dach nicht so komplett abnehmen kann, ohne weiteres, weil es nicht gejumpert ist. Aber es geht, es geht tatsächlich. Wenn man es natürlich noch etwas exakter sehen will, kann man natürlich auch hier das Dach rausnehmen. Das können wir auch tun. Ne, das ist die eine Seite. Das sind einfach nur zwei, äh, Technik-Pins, die das arretieren. Jetzt habe ich hier die Fledermaus weggehauen. Keine Fledermaus. Badmins Bruder. So. Mal gucken, wie wir das loskriegen hier. Ach, da ist das hier noch im Weg. Nehmen wir das Dach hier wegnehmen. Das ist so. Das ist gegen Runterrutschen gesichert. So. Dann haben wir es. Jetzt können wir da wunderbar reingucken. So. Ich nehme mal ein Skelett hier ab. Dass ihr es auch mal so seht. Einfach in so einen kleinen Käfig eingelassen, ne. Wie es für Ketze halt üblich ist, habe ich mir sagen lassen. Das können wir auch abmachen. Das ist ja oben nur mit zwei Noppen eingerastet. So. Und dann gehen wir mal nach innen. So kann man doch schön reingucken jetzt, ne. Da sieht man ein schönes Bettchen. So kann man auch reingucken. Dann sieht man da, da ist ein... Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Da ist einmal so ein Besen. Und... Und das finde ich richtig nett gemacht. Gucken, ob ich rankomme an das Ding. Ah ja. Das ist ein Stoppsauger. Da hat jemand einen kleinen Stoppsauger positioniert. Mit einem Hockeyschläger. Ein paar Slopes. Eine Peitsche. Und schon hat man einen Stoppsauger. Sensationell. Finde ich super. So. Mal gucken, dass wir den wieder da arretiert bekommen. Jo. Sitzt. Ja, da haben wir da ein... Näh. So. Wahrscheinlich wird der Besen gleich rausfallen, weil der liegt einfach nur lose drin. Also da ist richtig viel... Und das muss ich sagen, das ist ja tatsächlich sehr, sehr ungewöhnlich, dass da so eine Vielfalt und Üppigkeit ja drin ist. Da oben hängen irgendwie Besen an dem Querbalken. Da hinten ist das Kassenhäuschen. Ich versuche mal gerade, ob ich die Tür hier aufkriege. Vielleicht kann man da dann besser gucken. Ja, vielleicht geht das. Ich zeige es mal so. Naja, so sieht man gar nichts. Es ist halt ein dunkles, kleines Häuschen, aber es sieht einfach sensationell schön aus. Ja, da wo mein Daumen hier hinten ist, also an dieser Stelle da, da sieht man den Kassentisch. Da sind dann so ein paar, ist da so ein Drehständer drauf, wo man dann so ein bisschen, was weiß ich, Prospekte oder irgendwie so Kleinigkeiten noch verkauft. In diesem Laden, in diesem Museum. Oben das Bett, überall ganz, ganz viele Kerzen. Ihr habt von diesen Flammen, von den Kerzen, habt ihr etliche da drin. Also wirklich ganz, 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 ganz viele. Überall, überall lässt sich hier was finden. Kleine, okkulte Gegenstände oder auch Alltagsgegenstände. Überall ist da ein bisschen was drin von. Und das ist einfach wunderschön an der Stelle. Weil man ist es nicht gewohnt mehr. Man ist es tatsächlich von Lego, also ich bin es von Lego nicht mehr gewohnt, diese, diese Vielfalt. Diese Üppigkeit an Details, ne. Also ich gehe nochmal einmal hier durch. Ich bin ja hin und weg gewesen von dem Set, ne. Wir haben es ja live gebaut, äh, im Stream. Und, äh, da sieht man das Bett. Ne. Dreifarbig durchgefließt, ne. Damit das Bett, damit man auch sieht, okay, das sind unterschiedliche Oberdecken und so, ne. Oh, muss ich mich wieder so lang machen hier. Ne, also da ist richtig viel los. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dieses Set, äh, kann man mit Sicherheit auch hervorragend mocken. Bin ich ganz fest von überzeugt. Äh, ihr seid da wahrscheinlich viel, 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 viel fitter drin als ich. Aber da lässt sich bestimmt etliches regeln, dass das vernünftig, dass man da noch irgendwie noch ein bisschen Verbesserungspotenzial hat oder so. Oder nochmal eben, ähm, anders arrangieren kann oder so. Da lässt sich bestimmt etliches drehen. Ach, jetzt ist die Fledermaus runtergesegelt. Und, äh, egal. Ähm, ähm, also ihr hört es an meiner, an meiner Stimmlage. Ich bin hin und weg von diesem Gebäude. Es ist absolut schön. Es ist wunderbar zu bauen. Natürlich Lego-typisch, äh, absolute Einsteigerklasse, ne. Ganz klar, da gibt es gar keine Schwierigkeiten. Solide Bautechniken. Es ist nicht abenteuerlich tatsächlich. Also es gibt irgendwie keine großartigen Überraschungen oder so. Es, es funktioniert einfach sehr, sehr gut. So, und jetzt habe ich irgendwie Falschrung eingesetzt. War ja klar. Ich bin ja doof. Jetzt habe ich ihn abgerissen. Ach, hier. Das machen wir mal eben. Komm, wir korrigieren das mal eben schnell hier. Zack. So. Und dann, äh, haben wir es auch gleich wieder. So. Weil das braune, die braune Kante muss nämlich nach hier oben. Also hier gibt es wirklich ganz, 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 ganz viel drin zu entdecken. Ähm, und ich, der ja auch diesen Film, wie gesagt, überhaupt nicht kennt, ne, äh, fand es sehr faszinierend, was da tatsächlich rauszuholen ist in dem Moment. Ne. Aber die Türen sind einfach hier über, über so, äh, C-Clems einfach eingerastet. Zack, dann kann man ihn zu machen. Wundert euch nicht, die Tür schließt nicht komplett. Das liegt aber an dem Knopf da drin. Damit hier der, äh, der Lichteffekt ausgelöst wird. Damit der Lightblock aktiviert werden kann. Ja, jetzt müsstest ihr es eigentlich schon sehen. Ne. Gut. Äh, ja gut, die Skelette lasse ich jetzt mal raus. Die dürfen auch mal frei durchatmen. Ne, der wird einfach hier nur wieder über, über Scharniere wird, äh, über, über Technikpinsel wird der hier arretiert. Und dann passt das. Und hier vorne das Entree wird hier dann angesetzt. Auch natürlich, wenn der Flo nicht so dicke Finger hätte. Ja, ich hab's ein bisschen blöd gemacht. Ich hab's ein bisschen blöd gemacht. Ich muss es tatsächlich an der Tischkante machen, dann kann ich den besser reinhebeln. So. Und damit sitzt das Ding. Also ich bin hellauf begeistert von diesem Set. Es ist wunderschön designt. Es ist ja tatsächlich aus der, äh, ich meine, es ist Ideas, ne? Es ist aus der Ideas-Serie. Das heißt, da hat sich jemand sehr, sehr, äh, kreatives, hat sich da Gedanken zugemacht. Und, äh, hat das dann bei Lego als Vorschlag eingereicht. Und die haben gesagt, das ist eine gute Idee. Und ich muss sagen, ja, es ist eine gute Idee. Das Set funktioniert für mich. Es ist wunderschön designt. Es hat ganz, ganz viele Gimmicks. Es ist sehr, sehr detailverliebt, ne? Es hat trotzdem, ach, die Maße hab ich euch noch gar nicht gesagt. Wartet mal ganz kurz. Es hat sehr kompakte Baumaße. Ihr kriegt es ohne Probleme in den Kallax rein. Das brauch ich nicht mal ausmessen. Äh, wir sind hier irgendwo, äh, 26 mit dem Anbau. Mit der Spitze sind wir irgendwo bei 30. Also ihr bekommt es auf jeden Fall in einen Kallax rein. Das ist ja für mich immer so der Maßstab. Ähm, weil jeder von uns hat zu Hause so ein Ding. Und, äh, ne? Ich hab ja hier auch welche stehen. Äh, da passt das dann wunderbar rein. Ne? Ast rein. Wirklich ein schönes Set. Ähm, hat mich sehr, sehr gefreut, dass ich es mir tatsächlich auf die Ausleihliste gelegt habe. Ähm, auch wenn ich mit der Thematik, äh, hokus pokus, habe ich so nix zu tun. Ich kenn's nicht. Ich werd's mir mal angucken bei nächster Gelegenheit. Aber, ähm, ich bin da völlig unvoreingenommen reingegangen. Ne? Gut. Dann hätte ich gesagt, äh, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, einen Daumen hoch da. Vor allen Dingen kein Daumen hoch da. Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr mir trotzdem Daumen hoch da lassen. Einfach, um meine Mühe, äh, zu honorieren. Ähm, euch genügend zu informieren, äh, was es so, äh, ja, was ich mir hier so anschaue. Und ansonsten danke ich euch sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann, äh, wieder im Livestream. Ähm, wenn euch nicht unbedingt Bausteine interessieren, sondern vielleicht das, was ich so auf dem Videospielsektor unternehme, könnt ihr auch gerne reinschauen. Ich streame jetzt immer parallel YouTube und Twitch. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine ganz schöne Zeit. Baut was Schönes, solange das Wetter noch ein bisschen kalt und usselig ist. Und, äh, ja, viel Spaß mit diesem Set. Es hat mich wirklich sehr vom Hocker gerauen, dass, äh, was Lego da tatsächlich mal geliefert hat, weil die Perlen, die Lego ausliefert, sind tatsächlich sehr überschaubar geworden. Meine subjektive Empfindung. Ähm, da gibt es andere Hersteller, wo, äh, flächendeckender, ähm, und in absoluter Regelmäßigkeit tatsächlich knaller rauskommt. Aber, ähm, es hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran. Und in dem Sinne, macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und, äh, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020